Er ist ein menschliches Wesen aus dem Genlabor. Stärker. Schneller. Intelligenter als normale Menschen. Sein Name ist 47. Er ist hier, um sie zu töten. Finde dieses Mädchen. Egal wie. Sie ist der Schlüssel zu allem. Weißt du, warum du noch am Leben bist? Weil ich mich entschieden habe, dich nicht zu töten. Aber die werden es tun. Warum sollte mich jemand umbringen, Wolf? Wir waren Teil desselben Programms. Sie wollen unseren genetischen Code. Binde mich los. Du bist das Gleiche wie ich. Binde dich selbst los. Wie erschafft man einen Agent? Sie wollen keinen Agent. Sie wollen eine Armee. Du bist eine Legende, 47. Doch ich bin besser. Unglaublich, oder? Er hat einen subtermalen Körperpanzer aus Titan. Die Stärke eines Agents ist nicht sein Körper, sondern sein Verstand. Was hast du vor? Ich werde dieses Programm vernichten. Und du wirst mir dabei helfen. Los! 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 Mr. Chairman. Sie wissen, wer ich bin.